Ich komme aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus der Verwaltungsjuristen-Ecke. Also ich selbst bin der stellvertretende Vorsitzende der Kommunikationsbehörde Austria oder der Medienbehörde. Als das kennen Sie es vielleicht, wir machen unter anderem die Aufsicht über die österreichischen Medien, über den ORF, Rundfunkzulassungen, Presseförderung, Publizistikförderung, also alles was spannend ist in Wirklichkeit. Und seit kurzer Zeit ist uns etwas Neues umgehängt worden, über das wir nicht ganz unglücklich sind. Also es ist auch eine sehr interessante Sache, nämlich die Medientransparenz. Mein Name steht da deswegen auch, nicht wenn ich jetzt zu Ihnen spreche, sondern weil ich komme ausgedreht durch einen Einzelmitglied. Also wir sind fünf Richter, wenn Sie so wollen, fünf Verwaltungsrichter. Und die Medientransparenz, der Vollzug ist die Aufgabe eines Einzelrichters. Und der fröhliche Einzelrichter bin ich. Ich bin Jurist. Ich komme vor allem aus dem Urheilrecht. Also ich bin auch der Autor der österreichischen Medikons-Lizenzen in der Version 3.0. die Komma Austria ist eben die Medienbehörde, die zuständig ist für die Vollziehung dieses Gesetzes, zu dem ich jetzt gleich noch etwas sagen werde. Die RTR GmbH, für die, die sich ganz besonders gut auskennen wollen, das ist unser Geschäftsapparat. Da wechselt man hin und wieder was. Aber die Behörde ist die Komma Austria, die RTR GmbH, das sind die Wichtel, die dankbarerweise allen die Arbeit für uns machen. In Nebenrollen, beziehungsweise Sie sehen es wahrscheinlich anders, in Nebenrollen 5146 meldepflichtige Rechtsträger und der Rechnungshof. Was die für eine Rolle spielen, wird zugleich mehr. Jetzt gibt es dieses Medientransparenzgesetz, vielleicht haben Sie schon davon gehört, wahrscheinlich haben Sie schon davon gehört. Ich bleibe jetzt mal bei der Bezeichnung Medientransparenzgesetz, die hat sich durchgesetzt und die geht auch besser als mit dem Konparations- und Förderungstransparenzgesetz, das wäre die offizielle Bezeichnung. Dieses Medientransparenzgesetz ist noch nicht in Kraft, sondern das passiert nächste Woche, am 1. Juli, tritt das Medientransparenzgesetz in Kraft, veröffentlicht ist es schon seit Jänner, daher kennen wir es schon ein bisschen länger und die Öffentlichkeit hat vielleicht auch schon ein bisschen Kontakt dazu gehabt. Wahrnehmbar wird dieses Medientransparenzgesetz das erste Mal für die Öffentlichkeit am 15.12., also im Dezember. Was passiert da? Das Medientransparenzgesetz ist ein Bestandteil des ersten Transparenzpaketes. Sie haben gerade von Herrn Turner gehört, es gibt gerade das zweite Transparenzpaket, da geht es um die Parteienförderung, um die Nebeneinkünfte, das Lobbyistengesetz und so weiter und so fort. Das Medientransparenzgesetz kommt aus dem ersten Block. In diesem ersten Block war drin erstens einmal die erweiterte Impressumspflicht, also Medienunternehmer müssen jetzt, oder Medien müssen in ihrem Impressum genau darlegen, wem gehören sie. Also in diesen kleinsten Verästelungen sind die Eigentümerverhältnisse darzustellen. Man hätte das auch leichter haben können, man hätte als Gesetz schreiben können, wer sind die Eigentümer von heute, jetzt sagt es uns bitte. Man hat klarerweise, wie sich das gehört, allgemein und korrekt gemacht. Heute hat die Eigentümer schon offen gelegt. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil sind Inhaltsregeln. Das haben Sie vielleicht kennengelernt als das sogenannte Kopfverbot. Das heißt, es gibt ab jetzt Regeln, wie Inserate von, unter Anführungszeichen, Politikern ausschauen sollen. Nämlich, es darf keine Imagewerbung sein, es darf auch nicht bloß zum Teil Imagewerbung sein. Wie das abgeht, bin ich sehr gespannt. Dazu kann ich nur sagen, den guten Altenbeamten-Spruch, wir sind dafür nicht zuständig. Und den sage ich gerne oft und laut, weil das wird sehr spannend. Also, falls Sie sich fragen, wer dafür zuständig ist, niemand. Zuständig ist, also es gibt keine Behörden, die das vollzieht, sondern zuständig für den Vollzug dieser Inhaltsregeln ist die kritische Öffentlichkeit. Oder die Bürger mit dem verdichteten Rechtsempfinden oder wie auch immer Sie es nennen wollen. Also, in Wahrheit, Sie. So, worum geht es jetzt bei dem, was wir tatsächlich... Weswegen stehe ich jetzt hier? Ich stehe hier wegen des Medientransparenzgesetzes, das zwei ganz wichtige Sachen vorsieht. Die ursprüngliche Intention des Gesetzgebers war, man will überprüfen, ob und in welchem Ausmaß öffentliche Stellen Geld verwenden oder Politiker wieder unter Anführungszeichen Geld verwenden, um sich positive Berichterstattung zu erkaufen. Durch Inserate, durch Durchkostenbeizuschüsse, durch Förderungen, durch Medienkooperationen, welches Markt sie auch immer verwenden wollen. Das ist jetzt ein Problem, das ist nicht ganz unbekannt. Und dann waren wir ein bisschen oder waren wir gerade so in voller Fahrt und alle waren dafür, weil da kann keiner dagegen sein. Und dann hat man es ein bisschen ausgeweitet. Also es geht jetzt nicht mehr um die Frage, welche Politiker erkaufen sich durch Inserate positive Berichterstattung, sondern man hat es ausgedehnt. Also der Zweck des Gesetzes ist jetzt vor allem zu schauen, wo fließen öffentliche Gelder in den Bereich Medien. Also wo gibt es von öffentlichen Stellen Zahlungen an die Medien. Das hat zur Folge, dass man einen relativ breiten Adressatenkreis sich ausgewählt hat. Also es sind jetzt nicht nur die Ministerien und die großen Gemeinderäte, sondern es ist jetzt sehr umfangreich. Es sind beinahe alle Rechtsträger, die der Kontrolle des Rechnungshofs unterliegen. Und daher war da vorhin, haben Sie gesehen, in einer Nebenrolle der Rechnungshof. Weil nur der kann sagen, hier alle seine Kontrolle unterliegt. Und all diese Rechtsträger müssen melden, was sie pro Quartal an welches Medium gezahlt haben. Nicht wie viel sie inseriert haben, also nicht wie viele Inserate sie geschaltet haben, nicht was drin gestanden ist, sondern es muss gemeldet werden, wie viel Geld wurde pro Quartal pro Medium ausgegeben. Also wenn zum Beispiel das Finanzministerium Inserate geschaltet hat in der Kronenzeitung in einem Quartal für ungefähr 50.000 Euro, dann muss das angegeben werden, dann muss das an die Kommaustre gemeldet werden. Insgesamt sind es 5.146 Rechtsträger. Das geht von den, verstehen Sie es nicht falsch, von den Wichtigen bis zu den eher Kleinen. Also vom Finanzministerium oder vom Bundeskanzleramt bis zum, was war besonders originell, Verband der Tanzlehrer Steiermark oder der Tierkörperverwertung Zwettl. Also es ist viel drin. Wichtig ist, alle diese Rechtssträger, alle diese 5.046 Rechtsträger müssen melden. Also selbst wenn nicht inseriert wird von denen, also selbst wenn der Tanzlehrerverband nichts schaltet, muss er sich trotzdem bei der Kommaustre melden und sagen, wir schalten nichts. Oder wir haben in dem Quartal nichts geschaltet. Was muss alles gemeldet werden? Es muss gemeldet werden Inserate, es müssen gemeldet werden Kooperationen, es müssen gemeldet werden Förderungen, es müssen gemeldet werden Druckkostenzuschüsse. Also mehr oder weniger immer wenn Geld für eine Gegenleistung erbracht wird, im Fall der Förderung ohne Gegenleistung, dann ist das zu melden. Und zwar Leistungen an wen? An Zeitungen, an periodische Zeitschriften, an periodische elektronische Medien, ist gleich Webseiten zum Beispiel, an Radiosender, an Fernsehsender, Abrufdienste und so weiter. Also es ist immens breit. Notabene nicht nur an inländische, sondern auch an ausländische. Sie sehen, es ist ein bisschen ein breiterer Fokus, den ich hier gemacht habe. Ja, viermal pro Jahr jeweils zwei Wochen nach Ablauf des Quartalsmusses gemeldet werden. Es gibt eine Bagatellgrenze, unter 5000 Euro pro Quartal und pro Medium muss der Rechtsträger nichts melden. Was passiert jetzt? Es gibt diese Liste des Rechnungshofes, die ist der Behörde. Wir wissen ja nicht, wer vom Rechnungshof geprüft wird. Also ein paar Sachen können wir uns vorstellen, aber wirklich alle wissen wir nicht. Es gibt daher ein Verfassungsgesetz, da steht drin, der Rechnungshof muss der Komma Austria diese Liste vorlegen, wo die alle drinstehen. Anfang des Jahres. Jetzt hat der Rechnungshof Anfang des Jahres großzügig interpretiert und wir haben letzte Woche die Liste vollständig erhalten. Immerhin ist es in der ersten Hälfte des Jahres. Also, da kann man nichts sagen. Das ist das Erste. Jetzt wissen diese Rechtsträger, die wurden schon von uns angeschrieben, wissen, dass sie ab 1. Juli, also ab nächste Woche, alle diese Daten sammeln müssen und am Ende des Quartals müssen sie diese Sachen melden über eine Webschnittstelle mit einem eigenen Account. Und jetzt komme ich zu der Sache, die mich hierher bringt. Die Komma Austria hat jetzt gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichungsverpflichtungen. Die Komma Austria muss einerseits eine sogenannte Ampelliste veröffentlichen. Das ist eine Liste, wo nichts anderes drinsteht, als wer hat rechtzeitig gemeldet und wer hat nicht rechtzeitig gemeldet. Und das ist auch farblich hervorzuheben. Also, hier und rot können Sie sich jetzt vorstellen. Das ist die erste Liste, die wir melden. Das gibt schon mal einen groben Überblick, wer hat es vergessen oder wer hält sich nicht dran. Und dann, nachdem die Rechtsträger an uns gemeldet haben am Ende des Quartals, müssen wir am 15. Dezember, das ist gesetzlich festgelegt, alles veröffentlichen, was uns gemeldet wurde. Also, all diese Daten müssen von uns veröffentlicht werden. Und zwar, für einen Erfassungszeitraum von zwei Jahren bleibt das online. Nach zwei Jahren müssen wir es löschen. Und jetzt stellt sich natürlich für den Juristen die Frage, ja, wie müssen wir es veröffentlichen? Und im Gesetz steht nur ein Satz, und zwar Aufschlüsselung hinsichtlich des Auftraggebers. Und dann, also am Anfang war noch nicht klar, ob das eine Einzelmitgliedssache wird, und ich habe dann irgendwann einmal in der Vollversammlung gesagt, wer ist mit Open Government Data? Und dann war es so, hm hm hm. Und jetzt ist es eine Einzelmitgliedssache, und jetzt habe ich niemanden mehr fragen müssen. Und jetzt machen wir es als Open Government Data. Warum? Zwei Sachen stehen zwar nicht im Gesetz, aber zwei Sachen sind mir als Vertreter der Medienbehörde ganz wichtig. Erstens, die Behörde darf keine Wertung vornehmen. Also wir sollen oder wir dürfen nicht zum Beispiel Reihen nach, wer kriegt am meisten Geld. Das wäre bereits eine Wertung. Und es steht uns auch nicht zu, zu sagen, liebe Leute, jetzt könnt ihr es nicht ordnen nach Rechtsträger, sondern ihr könnt es auch ordnen nach, wer hat wie viel bekommen. Das sind alles Wertungen. Was wir auch nicht machen dürfen als Behörde, die diese Sachen nur entgegen nimmt und veröffentlicht, ist eine Verwertung dieser Daten. Also es ist auch nicht Aufgabe dieser Behörde, zu schauen, was können wir jetzt mit diesen Daten machen. All das steht der Behörde nicht zu. So, und jetzt steht im Gesetz Aufschlüsselung hinsichtlich des Auftraggebers. Was ist das erste, was man sagt, wenn man vor allem auf proprietäre Formate steht? Passt, wir machen das als PDF-File. Oder wenn Sie wollen, könnten wir es auch als Excel-Liste veröffentlichen. Wobei Excel hat schon mal das Problem, da können Sie bereits andere Reihungen vornehmen und so weiter. Also, wir wollen auf der sichersten Seite bleiben und wir sagen, das was wir auf unserer Webseite veröffentlichen, das machen wir als PDF. Wenn Sie es kurz durchrechnen wollen, 5146 Rechtsträger, ungefähr 500 Medien, 500 plus wahrscheinlich. Das sind ja mal über zweieinhalb Millionen Daten, die da interessant sind. Man kann auch intransparent sein, wenn man alles herzeigt. Also, wir könnten hier eine totale Intransparenz schaffen, indem wir sagen, da steht eh alles. Das ist ein PDF, könntest du es im Volltext durchsuchen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und daher hat sich für mich die Frage gestellt, wo, wenn nicht hier? Also, ich möchte jetzt nicht des Bekrieges über Toilettengeodaten sein, oder wo finde ich den nächsten Campingplatz in Wien, oder wie alt sind die Bäume in Wien. Also, wie alt sind die Bäume in Wien, finde ich eine großartige Datenbank. Aber wo gibt es eine Open Government Datenbank, wenn nicht hier? Wenn dieses Medientransparenzgesetz sich zur Mission gesetzt hat, alles transparent zu machen, warum nicht hier? Und wer vor allem, wenn nicht die österreichische Bundesverwaltung, um damit vorauszugehen? Nämlich mit der Frage, wenn man da Druck aufbauen will, nämlich, man schaut euch auf die Finna, dann mit echter Transparenz und nicht mit einem PDF, nicht mit einem PDF, das man dann vielleicht ein bisschen durchsuchen kann. Ganz kurzer Exkurs ins Rechtliche. Und ich höre auf, sobald ich mehr als zehn geschlossene Augenware sehe. Wir hatten ein beträchtliches Problem mit den Open Government Data Principles. Also vielleicht kennen Sie die, wenn Sie hier sitzen, kennen Sie sich sicher. Da gibt es in Österreich zehn Empfohlene. Und jetzt werden Sie sagen, Moment, zehn. Das waren ursprünglich weniger. Und tatsächlich waren es ursprünglich weniger. Man hat sich zwei zusätzlich ausgedacht. Und eines dieser zusätzlichen Prinzipien hätte uns fast ein bisschen ins Knie geschossen. Nämlich das Prinzip, es dürfen keine personenbezogenen Daten veröffentlicht werden. Ohne hier das jetzt großartig auszuführen, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich halte dieses Prinzip für einen Fehler. Ich halte das für nicht gut. Das ist nicht das einzige, was ich schon exiget habe. Ähm... Was noch? Oder? Nein, nein. Passt. Wunderbar. So, es gibt dieses Prinzip, keine personenbezogenen Daten. Jetzt sind wir nicht in Deutschland, wo die personenbezogenen Daten sich nur auf die natürlichen Personen, also auf die Menschen beziehen. Personen, sondern personenbezogene Daten in Österreich sind auch juristische personenbezogenen Daten, sprich Unternehmen. Und da haben Sie mal ein flottes kleines Problem. Okay. Wenn Sie nämlich die Daten von Unternehmen, ist gleich zum Beispiel auch die Adressen oder solche Sachen nicht veröffentlichen dürfen, dann können Sie mit der Comments mit OGD nicht recht weit. Noch eine Klammer auf, die Stadt Wien in ihrem Open Government Data Portal hält sich übrigens an dieses Prinzip auch nicht. Weil die Adresse eines Campingplatzes ist ein Datum und die ist veröffentlicht. Wir haben uns, der Jurist freut sich aber, wenn er sich quasi, wenn er was anderes herzeigen kann und sagen, da steht es und ich darf aber trotzdem. Im §1 des Datenschutzgesetzes steht nämlich, oder ist es §1? Nein, auf jeden Fall im Datenschutz, es ist in meiner Sache, steht, wenn etwas gesetzlich angeordnet ist, dann liegt der Datenschutz hier nicht. Und die Veröffentlichung dieser Daten ist gesetzlich angeordnet. So, das war's. Okay, das war der juristische Klammerausdruck, sind gut geblieben. Zum Technischen nur ganz kurz, wir werden bei einer sehr, sehr simplen technischen Lösung bleiben, derzeit, weil wir einfach noch relativ wenige Anforderungen an das haben. Das Ganze wird vertreten sein auf dem Portal des Bundesdata GVAT, über das Sie heute wahrscheinlich schon gehört haben, in den drei Formaten CSV, Mail und RDF. Die Sachen werden nicht live generiert, sondern die werden von uns, mehr oder weniger händisch, quartalsweise generiert. Das ist einfach deswegen völlig problemlos, weil wir einmal im Quartal die Daten kriegen, dann generieren wir die jeweiligen Formate daraus und dann wird's online gestellt. Und zwar nur für die letzten zwei Jahre, damit wir nicht darauf schauen müssen, dass wir mehr veröffentlichen, als wir dürfen. Und das ist jetzt ein Appell. Wir dürfen und wir wollen und wir werden mit diesen Daten nichts machen. Wir werden diese Daten veröffentlichen. Und wir werden diese Daten auch nicht irgendwie redigieren oder ändern oder kürzen oder lesbarer machen oder korrigieren. Also auch wenn jemand etwas Falsches eingibt versehentlich, wir werden es nicht korrigieren. Wir geben das einfach weiter. Und diese Folie ist nicht von der Behörde, sondern diese Folie ist jetzt von mir als Privatperson. Wenn Sie das bitte kennen wollen. Es gibt viele, viele spannende Fragen, die sich im Zusammenhang mit diesem Gesetz auftun. Es tun sich Fragen auf, wie schaut es aus, welche politischen Parteien oder welche Ministerien die politischen Parteien zuordnen, zahlen wie viel Geld an große Medien. Und sind wir uns ehrlich, darum geht es in Wirklichkeit. Es interessiert gar niemanden, wo der Tanzschullehrerverband, der Steiermark, der sicher ein hervorragender und Vertreterverband ist, aber wo der schaltet, ist es den Leuten wahrscheinlich relativ furcht. Es geht um die großen Werte. Das erkennen Sie auch daran, dass der Gesetzgeber sagt, alles was unter 5000 Euro pro Quartal ist, im Prinzip überhaupt nicht. Es wäre interessant sich anzuschauen, wie schaut das aus mit Gratismedien versus echten Medien. Es wäre interessant sich anzuschauen, für das bin ich schon mal gerückt worden, als ich das in einer Diskussion öffentlich gesagt habe. Auf der einen Seite haben Sie die Presseförderung, die wird von der Komma Austria, ich bin auch das verantwortliche Mitglied, verteilt. Presseförderung ist ungefähr 12 Millionen Euro. Und auf der anderen Seite haben Sie die Inserate der öffentlichen Hand in den Zeitungen. Das sind ungefähr das Zehnfache vom Volumen her. Ich sage jetzt nicht, man könnte sagen, das ist eine andere Art von Presseförderung. Das sage ich ausdrücklich nicht. Aber diese Gegenüberstellungen, das wäre alles sehr interessant. Es gibt hier viele Möglichkeiten der Filterung, es gibt hier viele Möglichkeiten der Visualisierung, es gibt hier viele Möglichkeiten der Verschränkungen mit anderen Daten. Man kann sich anschauen, ist das plausibel, was hier gemeldet wird, weil das ist auch ganz wichtig. Die Komma Austria macht das nicht. Wir überprüfen nicht 2,5 Millionen Datensätze. Dazu ist eine Person ein bisschen wenig. Wir nehmen die Meldungen entgegen und wir veröffentlichen sie. Und dann stellt sich die Frage, ob es dadurch eine Änderung in der Vergabepraxis gibt. Also um sich da jetzt gerade einen aktuellen Werbespruch eines Staatssekretärs für Integration aufzuborgen, der auch Mediapflichte gibt. Jetzt werden Sie gefragt. Also falls Sie, es ist derzeit kein Geld damit zu gewinnen oder auch kein Beides ausgeschrieben. Aber falls Sie Ideen haben, wie Sie diese Daten verwenden können und wollen, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Ich würde Sie darum ersuchen. Unsere Daten sind ab 15. Und nicht unsere Daten, aber die Daten, die die Komma Austria veröffentlichen muss, ist ab 15. Dezember 2012 online. Vielen Dank. Vielen Dank.